Moin Mädels, Moin Jungs, herzlich willkommen! Video mit Sterzig und Hanno. Alle gleich! Der ist der Kultz, Alter. Techno-Fucking-Junge, mach doch endlich bereit, Hanno. Da sind schon Leute, oh mein Gott. Ich geh ihm genau hinterher, ich hau ihm aus dem Haul, ich bin tot. Super. Sterzig macht da wieder sein eigenes Ding, Hauptsache MLG-Game. Junge, uns hochholen! Alter, lass zu zweit spielen. Er hat grad richtig geschissen. Ja, das war Sterzig, ich hab's genau gerochen. Was ist denn diese Energie? Diese Energie, Digga? Ey, das ist so cool. Ich spiel mit Hanno und Sterzig, Fortnite, das ist so cool. Die Leute, die vor fünf Jahren Fortnite gespielt haben, die haben jetzt schon Kinder und die spielen auch schon Fortnite. Ja, und FIFA. Lass da rum hin. Junge, da ist einfach, kein Krieg ist da. Kein Krieg ist da. Ja, let's go! Yay! Haha, Fortnite! Oh nein, hier ist eine schießende Banane, Digga. TOR! Go, go, go! Wohin denn? Ich gebe nur ein Maga, Maga. Maga, Maga. Oh, da ist ein Gegner. Von wo, von wo? Wo denn? Bei euch, nach. Ja, hier! Ich klicke so hart auf die Fresse, Digga. Wo ist der denn denn? Ich bin down. Jetzt heil uns doch mal. Junge, hör doch auf, dich voll zu sprühen. Mann, ich hasse ihn. Hinter dir! Niemand verlassen lassen! Raus! Alter, hast du gespammt, wie ich kann. Äh, ich hab Beutelbrühe. Niemand hat gefragt. Alter, neben mir ist ein Cock gespawnt. Was? Was, Digga? Längst nehmen wir uns! Über uns! Wallach! Alter, richtig viele Leute! Ciao! Schießen ab, schießen ab! Ne, doch nicht! Das Kalle! Oh, da war ne Truhe! Scheiße! Okay, okay, cool, 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 cool! Okay, 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 okay! Ich hab ne krasse Waffe! Geh, der fällt mir im Maul weg! Wo ist der hin? Ah, hier! Hab ein, hab ein! Okay, ich komm zu euch! Von rechts unten! Oh, äh, mein Marker, mein Marker, Kalle, im Busch! Da! Leider keine Range Waffe! Ich krabbel dahinter! Ihr könnt mich vielleicht hochholen! Ihr könnt mich hochholen! Hab ihn! Ich hab den gebumst! Ich hab... Geil! In den Arsch! Ich hab alle gemacht! Was hast du gemacht? Brrrrrr! Brrrrrr! Ey, der Bre ist tot! Wo ist er denn? Ja, ja, tschüss! Alter, der Bus kommt zurück! Vor mir, vor mir! Oh nein, und? Ey, was... Was ist mit ihm? Er ist ein Fisch! Osterkopf hab ich gemacht! Ist tot! Jo, Mauto! Ja, der Bus, der Bus! Der Battle-Bus, Digga! Das ist der Battle! Was? Ich fahr! Ich fahr den! Ich fahr den! Aber hier ist doch noch einer gewesen, ein Gegner! Ich fahr! Ich fahr mit dem Battle-Bus! Wo ist der denn? Er ist ins Auto eingestiegen! Was? Ja, stimmt! Obendrauf, Bruder! Ja, wir holen dich gleich! Ich hab deine Karte gefunden! Ich kann ihn nicht treffen! Ich schwöre! Oh! Oh! Du bist voll der Fisch, ey! Was ist mit dir? Oh, der kommt hinterher! Hey, wie kann der denn auch schießen? Der hat sich ne Waffe, ne? Ja, da... Nee, dahin! Ja, da... Ah, der ist hier, Digga! Nah dran, nah dran! Da ist er! Schön, schön, schön! Du hast Schock gesagt! Ja, er ist jetzt hier an der Ecke! Genau Ecke! Schön, Digga! Walla, Bruder! Ich bin ein Fisch! Komm, komm, komm! Und so ne sehr weit weg! Wir müssen los! Ja, ich hab Stertzig's Chip eingepackt! Nee, ich spring mich erst mal ein bisschen ein! Ja, ich stink! Ey, wenn's das ein Relat geben würde! Nee, hier kannst du Stertzig holen! Das Ding ist, ich hab keine Waffe gerade mehr, ne? Bitte lass muni... Jetzt! Stress mich nicht! Digga! Ich muss das gedrückt halten! Ach du Scheiße! Bitte mach Allah! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh! Komm mal schnell zu mir jetzt! Ich komm doch zu dir! Wo musst du denn? Digga, du rennst die ganze Zeit vor mir weg! So, jetzt... Wen rufst du denn? Okay, Stertzig will nicht! Ach, dann reicht's mir jetzt auf! Du Marsch! Ich bin doch da! Warum bist du so aggressiv, Bruder? Lass dich gehen! Aggressiv! So! Lass doch hier das Auto mit dem kaputten Reifen nehmen! Okay, ciao! Ich hab ein Sturmgewerbe mit Infrarot! Könnt ihr mir was geben? Oh, reden wir so! Weiß ich nicht mehr! Weiß auch nicht, du! Weil wir so Fortnite gewinnen können! Puh! Ich muss Vorsprung unbedingt anfassen! Was für'n Vorsprung? Dreimal für Quest! Junge, ich muss auch! Einmal! Oh, 20 mal rutschen! Ciao! Waren die hier nicht essbar? Ja, ja! Die blauen! Oh ja! Ey Hendo, du musst jetzt 20 Meter rutschen! Rutsch doch! Was rutsch? Oh ja! Spinn! Alter, ich hab die nächste Quest erledigt! Level 4! Battle Pass! Oh, da vorne! Da vorne! Am Automaten! Mach Markarierung! Oh! Hat heftig Hit! Der ist schon ohne Schild, Digga! Die kämpfen da vorne! Die kämpfen! Der hat ein Auto! Hat ein Auto! Ich hab halt keine Schuss! Hier ist ein Huhn! Mach das Huhn kaputt! Das gibt Loot! Das gibt Loot! Ja, Katle! Mach doch noch mehr auf den Doofmechler! Wir müssen noch in die Zone! Das ist halt so dumm, Digga! Junge, das gibt Hähnchen! Guck doch! Ja, die haben gerade wieder geholt beim Auto! Ja, toll! Danke! Jetzt Wassermorpid! Junge, das Fett auf Land! Oh mein Gott! Junge, das Fett auf Land! Das Fett auf Land? Was für Fett, Bro! Was für Fett, Junge! Ich bin gar nicht so fett! So, warte mal! Hat jemand Munition für mein Sturmgewehr? Wo sind die denn? Ich glaub, die sind im Burgerladen, weil die da Loot austauschen! Ich hab Infrarotsicht! Dann... Jetzt kommt Zone! Wir müssen die richtig... Penetrieren! Wo sind die? Ich glaub, die sind schon... Nee, die können ja nicht groß irgendwo sein, oder? Ein Wildschwein, ne? Da, kommen sie raus! Da euch hinschießt! Der ist im Burgerladen! Burgerladen dahinter! Unter dem Auto! Oh, die fahren Auto! Zu zweit sind die da drin im Flitzer! Ich weiß ja nicht, wie viel Muni das hat! Oh, das Auto ist kaputt, gleich! Ja, die sind raus! 36-Förder! Zwei Hicks! Jo, hab ich! Ja, hab den anderen! Er will mich überfahren! Mach's kaputt, genau! Stark! Oh, leil! Hab ihn noch mal gehittet? Hier ist ein... Oh, hier Getränke! Kommt der? Ja, kommt der! Wirf's auf den Boden! Arschloch! Junge, bitte hör auf! Komm mal AR-Money, bitte schnell! Ich hab gar nichts! Tatsächlich! Ich kann's dir erst mal droppen, weil ich keine Eier habe! So, jetzt hab ich ne Eier! Du hast keine Eier? Okay! Ja, ja, aber wo ist der denn gestorben? Der ist nicht gestorben, der ist entkommen! Echt? Das ist explodiert, Junge! Ja, hä, bist du bleibst? Hey, der holt hier Leute! Hier vorne! Da wo der Dings... Ja, der hat alle Chips! Ja, ja, ja! Oh, direkt vor uns! Im Loch! Ja, aber wir müssen halt hier in die Zone! Wie auch solche Nachnahmen? Da war Ariana Grande! Ist er im Loch? Ja, ja, die sind ja alle drin! Ja, ja, die sind ja alle drin! Das ist meine Runde, Leute! Ich claim die jetzt schon! Bitte, hol mich doch hoch! Ich war hier ein bisschen stark! Habt ihr es jetzt! Hier liegt... Überall hier liegen alles... Ja, ja, hier liegt doch ein kleiner Schild rein, Digga! Beahlt euch mit der Zone, ne? Bitte! Ey, wir geben wirklich das Beste! Ja, die kommt jetzt wirklich gerade, ne? Die Zone ist richtig weit weg! Ja, das war's für mich! Hast du nicht geheilt? Ich glaube, wir sind schneller als die Zone! Ich glaube nicht, man kann nicht unendlich spielen! Ich glaube nicht, man kann nicht unendlich spielen! Hier, ich droppe dir ein Spray! Das kannst du dir beim Laufen reinhauen! Ja, ne! Ja, okay! Dann... Vor uns rechts sind zwei an der Hütte! Nicht schießen! Lass mal links eher über die Brücke gehen! Ja! Und da ist auch slow! Ja, 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 ja! Ja, kleiner weißer Balken, ne? Okay, bis hinter mir! Ja! Danke! Ja, easy Zone erreicht! Wenn wir jetzt nicht gesnipet werden, unsere Runde beschwimmen! Ne, da sind halt drei Leute rechts genau, wo Max eben meinte oder zwei! Ja, wir gehen hier auf den Berg! Ja, da sind drei Leute! Schön auf den Berg! Auf den Berg, das ist Wahnsinn! Ja, Berg steigen! Berg steigen! Na, hier haben wir eine gute Position! Ich schwöre! Ja, ich piek mal hier rechts runter! Direkt am Fuß von unserem Berg sind sie! Ja, lass aber gleichzeitig drauf! Jo! Wir warten noch auf dich! Doch, Bescheid! Die unten, die unten! Ich kann jetzt! Let's go! Ui! Ich bin runtergefallen! Wir schießen jetzt zurück! Hab einen noch! Ja, zurück! Oh, wir werden noch von einem anderen Berg geschossen! Da steht ein Panzer! Vorsicht! Vielleicht kommt der zu mir runter! Keine Schilder mehr! Hat auch jemand Blues? Pass auf, da kommt eine Wache! Also neben uns auf dem Berg steht ein Panzer, ne? Direkt nebenan, ja! Was ich markiert hab! Ja, dann, ich bin auf jeden Fall hier unten erstmal safe! Wie sind die hier? Ich hab einen gehittet! Ich hab eine Sniper! Ich hitte die! Das Ding ist, die sind in der Zone! Die schießen jetzt hier hoch! Vorsicht! Mit dem Panzer! Ja! Der Panzer schießt auf euch! Wollen wir auf den Panzer schießen? Ich weiß halt nicht, was der aushält! Ich auch nicht! Wahrscheinlich einiges! Er dreht weg! Er dreht weg! Er dreht weg! Er wird abgeschossen von der anderen Seite! Ihr seid ja gut! Dann lass uns jetzt runter links laufen! Der hat halt keine Neigung, ne? Ich komm zu euch! Ja, lass unbedingt den Berg da pushen! Hat noch jemand blau, also noch jemand Schild? Ich hab gar nichts! Oh, lol! Oh, nein, es rollt! Kannst den einen erstmal behalten! Lol, die Lama rennt jetzt! Ja, ja, die rennen weg! Vor allem! Zone kommt, aber wir sind drin! Oh! Ich wurde gesniped von hinten irgendwo! Ja! Ich versuche es zu klettern! Die sind die nicht! Ja, ich bin gefinished worden! Scheiße, Digga! Direkt an unserem Berg! Er wird gepusht von der Zone! Er hat richtig Zeitdruck! Der hat tatsächlich springt den ins Gesicht! Du kannst du ruhig kommen lassen! Weil wenn du davon stopfst, kann ich den nicht gehen! Er ist wieder runter! Er ist wieder runter! Hat kein Schild mehr! Ab ihn einmal! Der kommt zurück! Ab ihn! Alter, wie du runter slidest! Alter, geil! Neustart läuft! Ah, okay! Hier ist richtig viel Loot, Karl! Komm mal hierher! Wo bist du denn? In das Haus hier! Hier ist richtig viel Loot für dich! Okay, die sind da hinten! Ah ja! Hier sind so Heilungspacks! Wie können wir auf den Boden werfen? Auto! Ne, da hinten ist wieder ein Panzer! Ich bin voll! Also alles cool! Ja, das ist das Beste, Digga! Ne! Übrigens noch sechs andere, ne? Zwei Teams, maybe! Oben auf dem Berg, ja! Haben Damage kassiert oben? Ja, ja, die haben richtig kassiert! Einen hab ich! Sehr schön! Das war ein richtig geiler Kill, Karl! Danke, Digga! Weil ich hab ihm Headshot gegeben und du hast ihn gefinished, Digga, Bro! Ja, ja, die sind jetzt auf der anderen Kuppel, ne? Haben wir auch Granaten oder so? Ne, ne? Ne, ich glaub es wäre sinnvoll, wenn wir jetzt pushen, Bro! Ja, lass die pushen, lass die pushen! Oh, der piekt! Hab ihn! Stark! Noch einer! Ich muss nachladen! Die hat von links abgeballert von der anderen Seite! Scheiße! Down! Noch einer! Noch einer! Einer ist da noch! Jetzt schießen die auch für anderen! Natürlich haben die einen Panzer, Alter! Ja, der Panzer ist halt... Geht nicht mehr! Am Baum! Am Baum! Am Baum! Aber das war eine krasse Runde! A-T голen! A-T-Ges-A-T-Ges-A-T-T-A-T-A-T-T-A-T-A-T-A-T-A! Bis zum nächsten Mal.